Meinst du so? Ja. Meinst du so? Ach komm, du bist doch ein Arsch, Alter. Wieso? Ich muss das in mir hier quäften. Der Vogel. Oh, nicht da reinfallen. Hm. Mach bitte den Magnet hier aus. Hab ich doch. Okay. Wegen den Eierchen. Wie hab ich denn noch? Genau, davon kann ich auch wieder. Vorsicht, ich würde da weggehen, ne? Wieso? Wieso, mir passiert auch nichts. Noch nicht. Ich hoffe, wenn du weiter rüber gehst hier, kriegst du dann Schaden? Nö. Ey, man kriegst du Schaden oder hier? Wieso? Man kriegt da keinen Schaden. Ja, auch wenn das scheiß Sludge ist. Irgendwann, wenn Sludge gepumpt wird, kriegst du mal Schaden. Hm. Mal gucken, wie viel jetzt rauskommt. Ich glaub nicht so viele von diesen Lovely oder Goldenen. Ja, manchmal hast du Glück, dann kommt ganz schön viel. Ja, aber ist egal. Du siehst ja, mich juckt das gerade nicht. Nö. Läuft der eh. Ja. Was mach ich denn jetzt? Ein Sampler oder das Ding hier drunter? Komm, Items, Irgendwann-Toy-Pumpen. Na, da, da, da. Wohl der verdammt lange braucht, ey. Wofür? Nachfühlt. Ähm. Umcraften, Automatik-Craft-Detail brauchen wir meist zu lange. Und du bist perfekt. Wofür schon wieder 10 Lovelies. Ja, ich weiß. Ich hab das gerade... Irgendwie gibt's das Knochenmehl mehr als wenn du ein Fertilize nimmst. Wie, Knochenmehl geht auch? Nö, kannst du nicht reintun. Ich hab da... Stand da eben noch rum. Ja, ich weiß, das hatte ich auch schon mal. Ich glaub, das mach ich auch, dass ich da hinten... Vielleicht an einer Ecke hier, diesen... Hier vielleicht. So ein... Oh, das können wir noch, das kann ich noch machen. Aber Knochenmehl kannst du leider nicht nehmen dafür. Naja, warte. Ich brauch Dispenser nur. Ja, stimmt. Ich mach da jetzt drei Dispenser hin und dann soll er die mal twiggern. Zurück über euch drei Bögen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das kann ich doch noch machen, das geht doch noch fair. Das brauch ich. Das kommt schon later. Das ist schon wieder. Das ist schon gut. Hast du irgendwas da kaputt gemacht? Nein, ich hab nichts kaputt gemacht. Centus? Ich hab nichts kaputt gemacht, Mädchen. Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit. Was hast du denn gemacht? Gar nichts. Dass du gelacht hast. Ich lache immer so. Manchmal. Weißt du doch. Mach doch nicht alles kaputt da. Mach doch nichts kaputt. Ich hab nur den Barrel wieder geleert. Jau. Ey, mach dir doch selber eine Farm. Ich bin doch dein Produzent hier. Achte. Klar. Nein, bin ich nicht. Ach. Geht das gleich noch schneller. Pass mal auf. Ups. So. Knochenmehl. Ich brauch einen Hebel. Einen Piston. Einen Sticky Piston. Einen Sticky Piston. Oh, okay. Das ist jetzt schon wieder. Ich hab 45 Laffi. Und 6 Gold, ne? Das, 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 das. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ja, sag ich doch. All dieses scheiß Sludge Zeug. Das macht einen vergiftet. Ja, ist klar. Scheiß lustig. Das ist heftig, ne? Ja. Ja. So. Darf ich keinen Schaden bekommen? Probieren wir das mal aus hier an dieser Stelle. Da so, so. So. Komm das dann habe ich noch. Ja, komm noch mal. Willst du die gerade dort? Ja. Das war die eigene dinam junction. bis 6 reingetan jetzt wird reichen dafür will ich gerade mal hoffen stehen es hier um der alte ist ich habe ihn gestreckt tic 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 so zurück so und jetzt hast du gefüllt ja das dauert eine zeit bis hier und noch mal gefüllt sind wieder jetzt besser weil er kommt man nicht ab und zu nicht hinterher die wieder zu setzen und dann haut da einfach so weg ich kann hier die kurve eigentlich kürzer machen dafür vorne länger jetzt könntest du sonst wieder anschalten dass er vielleicht den takt von hat macht er nicht aber du hast genug knochen also passt das ja jetzt glaube ich schaden aber merkst du so geläuchert auch solange da knochen drin sind weißt du was ich jetzt mache ich mach drei diakisten trichter oben drauf und hol mir knochen aus meiner anlage obwohl warte mal meine anlage könnte ich unten anschließen die knochen da hinten runterpumpen die automatisch kräften lassen warte doch dafür brauche ich kisten wo hab ich die denn hingetan das hätte natürlich jetzt was aber haben wir gleich alles diakisten hier ja ja acht kisten schule 11 flachgliedern also gibt es einen tacken schneller na ich habe jetzt genug der schwarze kann bestimmt jetzt auch und der weiß bestimmt auch wieder i don't know kannst du testen mhm und da ist der zombie wieder der ist immer noch hier naja soll er drin bleiben wenn er freunde findet ja hi na weiß kannst du wieder kannst du wieder ja schwarz auch kommt und jetzt kommt gold gold ein goldes ein weißes aber egal so trichter habt wieder gelegt ja gut weil die brauche ich nämlich für die kuchen ja habe ich doch hier normale ja ich weiß was nicht welche mitgenommen darum das bricht knochen mehr ach ein kuchen noch scheiße ich habe die milch gerade nicht irgendwo hatte ich noch milch drin für einen kuchen reicht das noch ach ne für zwei jetzt habe ich drei stück schau an dasselbe noch dann kann ich den weißen groß machen ach so 1 2 3 1 2 3 toll ich kenne gisal dabei schlecht aber gut dass es hier rumliegt noch so drei stück sollten reichen nein doch so ich flabbi jetzt hier noch auch einsteck knochen fehlt sagt meiner drei stück haben gereicht komm mal her kleiner kommt ja nicht nur einen kuchen braucht er mehrere oder was nein so jetzt habe ich auch männlichen weißen du alter cheater du ich warst du mir auch na kannst du schon wieder nein natürlich nicht dann warte ich dann nehme ich noch ein bisschen dann fahr ich das männliche mit dem gelben und dann wenn da nochmal ein schwarzer auskommt und vielleicht der auch wenn weiblich ist dann habe ich ein schwarzes männchen weibchen und ein schwarze weißes männchen weibchen und dann willst du goldene haben ne der herr da brauchst du noch lila ne lila ne wieso lila ne die können im wasser die können im feuer schwimmen ja am arsch ne nicht am arsch glaub ich dir nicht doch gehst du doch nur in der hölle ach ja stimmt das sind ja irgendwie so eine speziellen die da nur gibst ne so kannst du jetzt poppen 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 boah ey das nirg jetzt läuft es perfekt yeaaay kannst du wieder nein so was gibt es hier asche mut matsche na gut ich muss ja sagen das ist auf jeden fall geile anlage hier hab ich mich ja wieder fast selbst übertroffen ach scheiße jetzt haben wir hinterher gekommen ich hab vergessen den zum sitzen zu bringen scheiße hab ich mich ja super selbst übertroffen bin ich aber gut dass die picher in sich porten ja sonst hast du die nachher irgendwo hinterher laufen stecken weil festfallen überall runter mhm so dumm sind so wie du ja ne 1,2,3 so das war die ebene noch ne ja ok da ja respekt 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 wo hab ich den schon gesetzt da ne ja jetzt füllen wir den milchtank nochmal richtig auf zack passen dann drei tanks hier hin jaaa super jetzt wenn die letzten barrels sind noch die noch fehlen füllen ah jetzt füllt er jetzt richtig auf zack hä haben die keinen strom mehr oder was also nicht strom hat er auf jeden fall oben naja ja wer es glaubt mhm wird selig wer backt wird mehlig ich weiß ja das klappt nicht du brauchst so n dach schauen ne warum hat er denn kein strom darum ach ja jaaa nennt wirklich kein strom mehr ne ne nein das nicht aber ich hab die stromleitung gekappt da wohl boi bist du blöd ne ich weiß kann doch mal nur dir passieren ehrlich ne� aber wo hab ich diese komischen näh 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 vielleicht sortieren würde helfen ne sortieren hilft auch hier nicht näh scheiß wo hab ich denn die kackpipes jetzt oooh fuh fuh so die hunde will vom nachbarn der welt nicht mehr schlafen ist besser so kläft hier ich habe mir nicht mal reingeguckt es ist bei mir irgendwann ja aber ich habe keinen bock jetzt hin zu gehen ja jetzt gehört ihn oder war das kein gefall jetzt mein bruder draus und ich habe das fenster offen das gefällt mir so ich will ja nicht sagen aber respekt was ich veranstaltet habe ich dachte du meinst jetzt mit der zeit ne ja 20 minuten noch dass wir nämlich schon die halbe stunde jetzt haben seit einer minute nee wir haben um halb angefangen glaube ich 39 haben angefangen 15 39 ja und jetzt können wir aber noch bis zum ende machen wir können bis 6 uhr machen jetzt ist jetzt rum holen oder so ich glaube ich habe es im blick noch das ist das ok 12 12 davon habe ich noch welche das ist so blöd ich weiß dass ich blick bin alles klar aber ich wollte zwei machen und nicht 3 2 1 2 egal der links an jetzt bräuch zweimal ab bis 1 2 ich mache so sampler jetzt jetzt balle ich den strom richtig raus jetzt reicht es es kommt wieder an der tür bum 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 aufpasse ja weiß ich nicht ich 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 es Vielen Dank.